Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video, in dem es um die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses gehen soll. Falls Sie Teil 1 noch nicht gesehen haben, sollten Sie das unbedingt vorher erledigen, damit Sie die allgemeinen Grundsätze kennen, bevor wir uns heute dem Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz, abgekürzt KHG, widmen. Schauen Sie sich also bitte zuerst § 1 KHG an und überlegen Sie, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Kündigung nach dem KHG wirksam ist. Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten. Erstens muss das Kündigungsschutzgesetz anwendbar sein. Ist der Anwendungsbereich eröffnet, muss die Kündigung zweitens sozial gerechtfertigt sein. Hier wird zwischen den Fallgruppen der personenbedingten, der verhaltensbedingten und der betriebsbedingten Kündigung unterschieden. Zunächst aber zum Anwendungsbereich. Dieser ergibt sich aus § 1 Absatz 1 und aus § 23 KHG. Schauen Sie sich bitte beide Vorschriften kurz an. Aus § 1 Absatz 1 KHG ergibt sich, dass der Arbeitnehmer bereits sechs Monate ununterbrochen bei diesem Arbeitgeber beschäftigt sein muss. Zudem ist gemäß der etwas umständlich formulierten Regelung in § 23 Absatz 1 Satz 3 KHG erforderlich, dass der Betrieb, in dem der Arbeitnehmer beschäftigt ist, mehr als zehn Arbeitnehmer hat. Vorsicht! Gezählt wird nicht nach Köpfen. Teilzeitbeschäftigte werden nur Anteile gezählt. Dazu enthält § 23 Absatz 1 Satz 4 KHG eine Regelung. Deshalb müssen nicht mindestens elf, sondern nur mehr als zehn Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt sein. Zehn Arbeitnehmer in Vollzeit und ein Arbeitnehmer in Teilzeit genügen zum Beispiel selbst dann, wenn die Teilzeit nur eine halbe Stunde in der Woche beträgt. § 23 Absatz 1 Satz 2 enthält eine Altregelung, die aber kaum klausurrelevant sein dürfte. Achten Sie bitte darauf, dass § 23 Absatz 1 KHG nicht auf alle beim Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer abstellt, sondern einzeln für jeden Betrieb zu bestimmen ist. Ein Betrieb ist verkürzt gesagt, das muss man leider einfach auswendig lernen, eine organisatorische Einheit, in der bestimmte arbeitstechnische Zwecke unmittelbar fortgesetzt verfolgt werden. Ein einziger Arbeitgeber kann also mehrere Betriebe unterhalten, wenn er verschiedene Standorte betreibt. Kommen wir jetzt zum Inhalt des Kündigungsschutzes. Nach dem KHG braucht der Arbeitgeber für eine ordentliche Kündigung einen bestimmten Grund, sonst ist sie sozial ungerechtfertigt und damit unwirksam. Die möglichen Kündigungsgründe ergeben sich aus § 1 Absatz 2 Satz 1 KHG. Es gibt die personenbedingte, die verhaltensbedingte und die betriebsbedingte Kündigung. Im Einzelnen gibt es hier sehr viele verschiedene Fallgruppen, die Sie für die Examsvorbereitung aber auf keinen Fall auswendig lernen sollten. Das wäre ineffizient und würde viel zu viel Zeit kosten. Stattdessen sollten Sie sich an drei Kriterien orientieren, anhand derer Sie die soziale Rechtfertigung prüfen können. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch daran. Die drei Kriterien lauten Prognoseprinzip, Ultima Ratio Prinzip, Interessenabwägung, abgekürzt als POI, PURPI oder auch PURPI. Das Prognoseprinzip besagt, dass der Kündigungsgrund die Zukunft des Arbeitsverhältnisses treffen muss. Die Kündigung ist eben keine Sanktion für Vorangegangenes oder den Status quo, sondern kann nur ausgesprochen werden, weil die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer nicht mehr möglich ist. Das Ultima Ratio Prinzip erfordert, dass dem Arbeitgeber keine im Vergleich zur Kündigung milderen Mittel zur Verfügung stehen, um das gestörte Verhältnis zum Arbeitnehmer zu kitten. Die Interessenabwägung verlangt schließlich, wie man es aus dem öffentlichen Recht kennt, dass alle Umstände des Einzelfalls in eine Abwägung eingestellt werden. Prognoseprinzip, Ultima Ratio Prinzip und Interessenabwägung sind unsere Werkzeuge, um die drei verschiedenen Kündigungsgründe anzugehen. Bevor Sie mit der Prüfung des konkreten Kündigungsgrundes in der Klausur beginnen, sollten Sie einen auf den vorliegenden Sachverhalt zugeschnittenen Maßstab bilden, der auf POI basiert. Achten Sie unbedingt darauf, methodengerecht zu arbeiten und sich nicht ohne vorherige Definition des Prüfungsmaßstabs in die Subsumption zu stürzen. Beginnen wir mit der personenbedingten Kündigung. Personenbedingte Gründe sind Beeinträchtigungen der Arbeitsleistung, die nicht auf das Verhalten des Arbeitnehmers zurückzuführen, sondern in seiner Person angelegt sind. Klassisches Beispiel, der Arbeitnehmer wird krank und kann seine Arbeit überhaupt nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr vertragsgemäß verrichten. Gehen wir diesen Fall der personenbedingten Kündigung nun anhand der drei Prinzipien durch. Wegen des Prognoseprinzips muss sich die krankheitsbedingte Leistungsstörung auf die Zukunft auswirken. Gerade bei Krankheiten muss hier sehr streng geprüft werden. Schlachten Sie den Sachverhalt vollständig aus und erläutern Sie ausführlich, warum oder warum nicht davon auszugehen ist, dass der Arbeitnehmer auch künftig noch krank sein wird. Das Ultima-Ratio-Prinzip verlangt, dass keine andere Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den erkrankten Arbeitnehmer auf einem freien Arbeitsplatz im Unternehmen besteht. Man spricht vom leidensgerechten Arbeitsplatz. Eine solche Weiterbeschäftigungsmöglichkeit ist ausdrücklich in § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Satz 3 Kasch G kodifiziert. Im Rahmen der Interessenabwägung sind schließlich alle Umstände des Einzelfalls zu diskutieren, etwa die Ursache und das Ausmaß der Störung, ein bislang störungsfreier Ablauf des Arbeitsverhältnisses oder die Herkunft der Störung. Kommt sie aus der Sphäre des Arbeitgebers oder aus derjenigen des Arbeitnehmers? Ebenso können das Lebensalter und die Dauer der Betriebszugehörigkeit, bestehende Unterhaltspflichten oder die Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt relevant sein. Auch hier gilt, alles, was im Sachverhalt angedeutet wird, sollte von Ihnen aufgegriffen werden. Hier kann und sollte auch berücksichtigt werden, dass die Vergütung regelmäßig die Lebensgrundlage des Arbeitnehmers ist. Die Kündigung muss nicht nur sachlich, sondern eben auch sozial gerechtfertigt sein. Fachen wir fort mit dem zweiten Kündigungsgrund der verhaltensbedingten Kündigung. Hier sollten Sie besonders gut aufpassen, denn die verhaltensbedingte Kündigung ist wohl am klausurrelevantesten. Sie ermöglicht dem Arbeitgeber, Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers zu sanktionieren. In Betracht kommen sowohl Leistungs- als auch Schutzpflichtverletzungen. Wenn der Kellner häufig zu spät kommt, verletzt er seine Leistungspflicht. Wenn er ständig Gläser fallen lässt, verletzt er eine Schutzpflicht. In der Klausur ist es wichtig, dass Sie die Pflicht, die verletzt worden sein kann, sorgfältig herausarbeiten. Ein Verschulden ist nach Ansicht der Rechtsprechung nicht zwingend erforderlich, sondern sollte lediglich im Rahmen der Interessenabwägung berücksichtigt werden. Das Prognoseprinzip setzt voraus, dass bezüglich des vertragswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers eine Wiederholungsgefahr besteht. Diese kann insbesondere dadurch nachgewiesen werden, dass der Arbeitnehmer wegen einer gleichartigen Pflichtverletzung schon früher abgemahnt worden ist. Frage an Sie, warum braucht man nur bei der verhaltensbedingten, nicht aber bei der personenbedingten Kündigung zwingend eine Abmahnung? Bei der personenbedingten Kündigung geht es gerade um Gründe, die der Arbeitnehmer selbst nicht beeinflussen kann. Eine Abmahnung, die ihn auffordert, sein Verhalten zu ändern, ist dann sinnlos. Bei der verhaltensbedingten Kündigung sieht das anders aus. Die negative Prognose fußt gerade darauf, dass der Arbeitnehmer sein Verhalten auch infolge einer Abmahnung nicht gebessert hat. Nur deshalb darf vermutet werden, dass er sein Verhalten auch künftig nicht ändern wird. Das Ultima-Ratio-Prinzip verlangt auch bei der verhaltensbedingten Kündigung, dass kein milderes Mittel zur Verfügung steht. Hier kommt neben der Abmahnung, über die wir gerade gesprochen haben, ebenfalls eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen freien Arbeitsplatz im Unternehmen in Betracht. Womöglich gibt es im Unternehmen, um beim Beispiel des Kellners zu bleiben, auch Arbeitsplätze, bei denen Pünktlichkeit nicht so wichtig ist, etwa weil es eine Gleitzeitregelung gibt. Im Rahmen der Interessenabwägung gilt wieder, werten Sie den Sachverhalt vollständig aus. Alles, was dort bemerkenswert erscheint, sollten Sie in die Abwägung einstellen. Bleibt schließlich noch die betriebsbedingte Kündigung. Diese fällt ein wenig aus dem PURPY-Schema heraus. Im Ausgangspunkt muss ein inner- oder außerbetrieblicher Impuls vorliegen, der eine unternehmerische Entscheidung auslöst. Die unternehmerische Entscheidung muss wiederum dazu führen, dass ein oder mehrere Arbeitnehmer entlassen werden. Welche Impulse könnten Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung sein? Mögliche Impulse sind zum Beispiel eine Branchenkrise samt Umsatzrückgang, also ein externer Grund, aber auch eine strategische Neuausrichtung, also ein im Unternehmen liegender Grund. Das Prognoseprinzip wird insoweit relevant, als der Arbeitsplatz eines Arbeitnehmers oder mehrerer Arbeitnehmer aufgrund einer unternehmerischen Entscheidung zur Umsetzung des Impulses gerade für die Zukunft, das heißt mit Ablauf der Kündigungsfrist, wegfallen muss. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine Abteilung nur geschlossen wird, um unliebsame Mitarbeiter loszuwerden und der Arbeitgeber sie eine Woche später mit neu eingestellten Mitarbeitern wieder öffnet. Das Ultima Ratio Prinzip gilt auch hier, das heißt, es darf keine andere Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den gekündigten Arbeitnehmer auf einem freien Arbeitsplatz im Unternehmen geben. Eine Interessenabwägung findet bei der betriebsbedingten Kündigung nicht statt. Stattdessen wird eine sogenannte Sozialauswahl durchgeführt, die in § 1 Absatz 3 Kschg geregelt ist. Die Sozialauswahl regelt, welche Arbeitnehmer konkret ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Kündigung soll die sozialstärksten treffen, also diejenigen, die am ehesten einen neuen Job finden. In der Klausur kann es darauf ankommen, zu überprüfen, ob der Arbeitgeber die in § 1 Absatz 3 Satz 1 Kschg genannten Kriterien Lebensalter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Zahl der Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung für eine Sozialauswahl richtig abgewogen hat. Achtung, hier gibt es einen gewissen Spielraum. Der Arbeitgeber ist nur verpflichtet, die Kriterien ausreichend zu berücksichtigen. Mit viel Wohlwollen kann hier eine Parallele zur Ermessensprüfung im öffentlichen Recht gezogen werden. Wie Sie sich sicher denken können, ist die Sozialauswahl in der Praxis sehr kompliziert und wurde von mir hier ein wenig unterkomplex dargestellt. Für die Examensklausur im Pflichtfachbereich sollte es aber ausreichen, wenn Sie die Voraussetzungen der betriebsbedingten Kündigung kennen und sich bei der Sozialauswahl dann schlicht an § 1 Absatz 3 Kschg orientieren. Das war insgesamt eine ganze Menge zur ordentlichen Kündigung. Fassen wir noch einmal die wesentlichen Prüfungsschritte aus beiden Videos zusammen. Zuerst braucht es eine wirksame Kündigungserklärung. Hier geht es um BGB-AT. Dann muss rechtzeitig Kündigungsschutzklage gemäß § 4 und 7 Kschg erhoben worden sein, damit die Wirksamkeit der Kündigung nicht fingiert wird. Schließlich dürfen keine gesetzlichen Verbote der Kündigung entgegenstehen. Wenn hier Spezialgesetze einschlägig sein sollten, würden diese abgedruckt. Dann muss die Kündigung nach § 1 Kschg sozial gerechtfertigt sein, wenn das Kschg anwendbar ist. Hier gibt es drei Varianten der sozial gerechtfertigten ordentlichen Kündigung die personenbedingte, die verhaltensbedingte und die betriebsbedingte. Orientieren Sie sich bei der Prüfung der sozialen Rechtfertigung an PERPI. Prognoseprinzip, Ultima Ratio Prinzip, Interessenabwägung. Zum Schluss nochmal der kurze Hinweis. Auf Spezialgesetze sind wir in diesem Video bewusst nicht eingegangen, weil sie in der Klausur abgedruckt sein würden und kein Sonderwissen von Ihnen erwartet wird. Kollektivrechtliche Regelungen haben wir ebenfalls nicht besprochen, weil das kollektive Arbeitsrecht in Hamburg nicht Prüfungsgegenstand der Pflichtfachprüfung ist. Das war das zweite und letzte Video zur ordentlichen Kündigung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.